Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu React Nummer 3. Wir wollen uns heute angucken, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Das heißt, wie ein React-Projekt, das von Create React App, also von diesem NPX, das wir verwendet haben, wie das eigentlich aufgebaut ist. Und anhand von dem können wir schon sehr, sehr viel lernen, wie eigentlich so ein Ding auszusehen hat. Und tatsächlich hat das auch schon JSX eingebunden. Das ist ein sehr cooles und spannendes und sehr hilfreiches Format, auch wenn man React schreiben möchte. Wir werden dazu auch wieder Elemente kennenlernen, die man auch bei GetInIT findet auf der Webseite. Denn ja, diese Episode ist auch wieder gesponsert von GetInIT. Vielen Dank dafür und ja, schaut auch gerne mal da vorbei, falls ihr einen Job in der IT sucht. Da gibt es wirklich viel zu sehen. Gut, wir starten einfach mal direkt durch. Wenn wir die React App starten, das machen wir über Jahr und Start zum Beispiel, dann finden wir die auf dem Localhost, also Port 3000. Das heißt, wir finden das hier vor. Ihr habt das letztes Mal schon gesehen, wie das aussieht. Und genau das haben wir jetzt eigentlich auch wieder gemacht. Und im Endeffekt ist das eigentlich schon ganz schön, würde ich mal so behaupten. Dieses kleine Teilchen, was sich hier dreht, was übrigens komplett in CSS gemacht ist. Nichts davon ist JavaScript. Und dann natürlich JavaScript, das uns dieses komplette Ding hier eigentlich anzeigt. So, jetzt werden wir erstmal kurz feststellen, was denn hier eigentlich passiert. Wir wechseln also mal rüber in den Code nochmal und wir sehen hier, dass wir in der SRC oder im SRC-Ordner relativ viele verschiedene Dateien haben. Wir haben hier einmal den Test. Wir haben die JavaScript-Datei. Wir haben CSS. Wir haben die Index.CSS. Wir haben Index.JavaScript. Wir haben Logo. Das ist, by the way, das ist was anderes. Oder das ist quasi das SVG als Code angezeigt. Aber das ist im Endeffekt genau dieses sich drehende Ding hier. Nur natürlich ohne die Drehung. Dann haben wir die Service Worker Setup Tests. Und dann natürlich die Package und die Readme. Und ja, das Jan-Log brauchen wir sowieso nicht. Der interessante Teil befindet sich jetzt allerdings in der Index und in der App.JavaScript. Und natürlich in der App.CSS. Da kann man auch einiges rausfinden. So, vielleicht ist auch dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass wir gar keine Index.HTML oder sowas haben. Obwohl wir ja eigentlich eine Website haben, haben wir eigentlich keine HTML-Datei. Das ist ein bisschen weird. Und das liegt daran, dass HTML direkt in den JavaScript-Code hier eingebettet wurde. Ja, wir finden das tatsächlich in diesen ganzen Funktionen hier. Das heißt, wir returnen hier tatsächlich Headline Hello und Props.Name. Jetzt dieses Props.Name steht offensichtlich nicht da, wenn wir uns dieses React hier mal angucken. Beziehungsweise hier steht generell kein Hello und Props oder sowas. Sondern hier ist eigentlich nur dieses, nun ja, dieses komische Logo, das sich dreht. Und das ist eigentlich auch schon ein sehr wichtiges Konzept. Wir rendern Elemente auf unserem Screen sozusagen, in unserer Webseite. Wir rendern diese Elemente einfach rein. Ja, da ist kein HTML mehr dabei. Da ist einfach quasi das HTML in dem JavaScript. Früher war es andersrum. Man hatte ein bisschen JavaScript in seinem HTML drin. Mittlerweile, in React zumindest, hat man HTML in seinem JavaScript drin. Und wir sehen auch hier dieses Const Element Welcome Name Sarah. Ist auch so eine Art HTML, möchte man denken. Man hat hier diese spitze Klammer aufgehend. Hat man spitze Klammer zu. Und man hat auch direkt einen Tag, der sich selbst beendet. Und dann sehen wir hier, Welcome ist der Tag, den wir hier verwenden. Mit dem Attribut Name und den setzen wir auf Sarah. Das ist ein bisschen weird. Dazu kommen wir aber sofort. Nämlich das ist JSX. Okay. So, und dann haben wir hier tatsächlich schon React DOM Punkt Render. Welches wir importiert haben, by the way. Aus React DOM. Ja, also das heißt, wir haben React DOM importiert aus dem Modul React DOM im Endeffekt. Und dort rein haben wir dieses Element hier gerendert. Ja, und dieses Element ist hier drin. Und ihr merkt schon, ihr braucht ein bisschen JavaScript Kenntnisse und auch ein bisschen HTML Kenntnisse, um hier komplett mitzukommen. Und zwar steht jetzt hier unten noch, was wir gerendert haben. Also das Element haben wir rein gerendert. Und zwar, worein haben wir das gerendert? Na ja, in document.getElementByIdRoot. Das kennt ihr vielleicht aus meiner JavaScript Reihe. Das grabt sich im Endeffekt das HTML Element mit der ID root. Und dort wird das rein gerendert. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken. Wir rendern also Elemente. Ja, wir können auch mehrere Elemente rendern. Da müssen wir dann halt einfach sagen, okay, wir rendern jedes Element einzeln. Dazu kommen wir noch. Und wir finden eigentlich einen Haufen Elemente. Und zwar im Endeffekt ist alles ein Element. Ja, wir gucken jetzt mal bei GetInIT. So, wenn wir uns hier dieses Ding angucken. Und da kann ich euch übrigens hilfreicherweise empfehlen, dieses Untersuchen hier. Da sieht man relativ viel. Und nein, das will ich eigentlich nicht. Ich habe gerade eben noch gepatcht. Deswegen steht das hier bei mir rum. So, die Konsole machen wir jetzt auch mal kurz weg. Dann kann ich das hier ein bisschen kleiner machen. So, wenn wir hier dieses Element hier uns anschauen. Diesen Container. Ja, dann sehen wir hier, das ist eigentlich eine Diff. Ja, das ist ein Element. Dieser Container Search hier. Dieses Element hier wird rein gerendert in unser oder in das DOM von GetInIT. Das heißt, wir haben hier das als Element. Wir haben aber auch das hier, das hier. Okay, das sieht man nicht. Und das hier, das hier und so weiter und so fort. All diese Dinge sind auch Elemente, die in das Element rein gerendert wurden. Ja, das ist im Endeffekt wie geschachteltes HTML. Nur, dass ich jetzt hier eben diese einzelnen Elemente miteinander verschachtle. Und am Ende rendere ich das große Ganze. Ja, und das sehen wir hier. Dieses Ding hat die ID HomeApp. So, wenn wir uns jetzt hier das Ganze mal angucken. HomeApp betrifft einfach alles. Okay, das ist quasi das komplette Ding. Und da wird alles rein gerendert. Beziehungsweise auch hier in dem Body könnte man das rein rendern. Wobei dieses Diff einfach den kompletten Body einnimmt. Okay. Das heißt, wir haben meistens ein Diff, was einfach komplett den ganzen Bildschirm einnimmt. Und dort rendert React dann die ganzen Elemente rein. Das heißt, hier in diesem Fall nennt sich das HomeApp. Bei uns nennt sich das Ganze einfach Root. So, und das ist dieses Root, von dem wir hier gerade geredet haben. Das findet sich dann irgendwo. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wo ist dieses Wo? Also, wie finde ich dieses Root-Element? Nun, ich habe ein kleines bisschen gelogen vorhin. Es gibt eine HTML-Datei. Die ist allerdings statisch und quasi nicht existent. Und wenn ihr hier mal Public aufmacht, dann findet ihr sie hier auch. Ihr findet das Fuff-Icon. Das ist, Sekunde, das ist dieses Logo hier oben, dieses IT. Ja, also bei GetInIT ist es das IT. Bei uns in der React-App ist es aktuell dieses kleine React-Logo hier. Das ist das Fuff-Icon. Und anschließend haben wir hier die Index.html und dann zwei Bilder. Das Manifest und die Robots, die brauchen wir sowieso gerade nicht. Und Index.html enthält einfach ein paar wenige Dinge. Ja, und diese paar wenigen Dinge sind zum Beispiel Meta, also eine Beschreibung von der Webseite. Die haben sich immer noch nicht geändert. Die sind immer noch nicht mit JavaScript. Und dann haben wir hier den Titel. Wir haben ein kurzes No-Script, das uns sagt, dass man JavaScript aktivieren muss, um diese Seite zu erstellen. Und da finden wir unser Div-ID-Root. Und dieses Root ist im Endeffekt der Container für alles. Ihr seht, da ist sonst nichts hier drin. Alles andere passiert in JavaScript. Und ihr müsst diese Datei hier auch nicht mal ändern, wenn ihr irgendwas ändern wollt. Ihr solltet vielleicht den Titel ändern. Ansonsten habt ihr hier permanent React-App oben stehen. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Aber ja, alles andere kann man quasi so lassen. Außer eben den Meta-Text vielleicht noch. Und der Rest passiert komplett in JavaScript. Das heißt, wir rendern in dieses Root-Element einfach alles rein, was wir brauchen. Also nochmal kurz zurück zu Get in IT. Wir haben hier eine Div. Ja, das ist diese Div hier. Wir haben dann noch eine Div drin. Wir haben dann noch ein Div, noch eins und noch eins und so weiter und so fort. Und all diese Elemente sind da quasi vorhanden. Und die kann man ausschalten oder anschalten, je nachdem, was man eben braucht. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Punkt hier. Wir finden es hier in der App.js, aber auch in der Index.js finden wir das schon. Und zwar dieses komische, naja, ihr kennt vielleicht JavaScript. Da kann man normalerweise nicht einfach sagen, ich returne HTML-Elemente. Normalerweise muss man einen String zurückgeben. In diesem Fall hier stehen aber wirklich keine Anführungsstriche da. Und auch in der App.js, wobei, also ich muss halt dazu sagen, das hier wird jetzt halt gerade nicht gerendert. Das sieht man einfach nicht, okay. Während das aus der App.js, das sieht man tatsächlich. Und hier haben wir auch genau dasselbe im Endeffekt. Wir returnen hier mit einer Klammer drumherum einfach einen Haufen, Haufen HTML-Elemente. Und sie werden von Visual Studio Code sogar noch richtig dargestellt. Das heißt, irgendwie muss das funktionieren, obwohl es eigentlich kein gültiges JavaScript ist. Und das, meine Freunde, nennt sich JSX. JSX ist im Endeffekt eine, nun ja, Spracherweiterung für JavaScript, dass man im Endeffekt HTML reinschreiben kann als Return von einem ganz normalen JavaScript-Code. Und das heißt, ihr könnt hier Diffs verwenden. Und zwar in dem Fall jetzt ein Diff mit der Classname gleich App. Und dann haben wir hier einen Header, Classname gleich App-Header. Und dann haben wir Image, SAC, äh, was ist das? Logo. Ja, Logo ist aber keine Source für ein Bild. Nun ja, man kann zusätzlich zu normalem HTML auch noch Elemente aus JavaScript direkt in das HTML dynamisch einfügen. Das heißt, das ist quasi so, als hättet ihr hier dieses Logo automatisch hier eingefügt. Das heißt, dadurch, dass ihr hier Import Logo from .logo.svg habt, oder .slashlogo.svg habt, wird das quasi einfach hier so eingefügt. Es ist, als würdet ihr das hier schreiben. Ja, nur halt sinnvoll. Also, äh, so. Okay, das ist quasi genauso, als würdet ihr das so schreiben. Nur wenn ihr jetzt hier oben, also wenn ihr dieses Logo noch häufiger verwendet und hier oben dann irgendwann mal das Logo vielleicht aus Versehen umbenennt oder Logo Version 2 oder sowas draus macht, dann müsst ihr das nicht im ganzen Code anpassen, sondern eben nur im Import und dann war es das eigentlich auch schon. Und das ist halt super, super praktisch. Genauso verhält es sich hier mit der CSS und so weiter und so fort. Also, das ist schon sehr, sehr nützlich. Und im Endeffekt ist das auch in der Index.JavaScript so. Das heißt, wir haben hier tatsächlich, ähm, gut, zu dem Service Worker kommen dann noch, aber wir haben auch hier oben tatsächlich eine Funktion geschrieben, die nennt sich Welcome, die nimmt Props, ja, Props kommen wir noch drauf und dann sagen wir hier einfach Return, Headline 1, Hello, Komma und dann eben hier Props.Name. So, und diese Props.Name sind auch wieder in diesen geschweiften Klammern, was uns sagt, dass das JSX-Schreibweise ist. Und da drin haben wir quasi einfach den Namen, den wir hier über diese Props mitbekommen, ausgegeben, okay? So, und hier können wir jetzt tatsächlich schon sagen, hey, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen sozusagen alle Variablen oder alles, was hier mitgeliefert wird und tun so, als wäre Welcome sein eigener HTML-Tag. Und dadurch sehen wir hier unten auch, ah, okay, dieses Welcome-Tag hier, das ist eigentlich von dieser JavaScript-Funktion. Im Endeffekt rufen wir hier eine JavaScript-Funktion auf und behandeln die, als wäre es ein customizable HTML-Tag. Jetzt kann das sein, dass das für den einen oder anderen von euch echt heftig viel ist, was ich jetzt in diesem Video sage. Ich möchte dazu einfach mal nochmal meine JavaScript-Reihe und meine HTML-Reihe empfehlen. Das ist alles, was ihr gerade dazu braucht. So, und ja, im Endeffekt sehen wir dann hier auch dieses Props.Name. Ja, das ist quasi, als hätte ich hier Name ist gleich irgendwas angegeben. Und hier wird dieses Name einfach in diese Props mit reingegeben. Das heißt, da wird implizit ein Objekt draus gebaut im Hintergrund, was dann sozusagen die Eigenschaft Name hier hat. Ich kann hier natürlich auch noch mehr reinpacken, wie zum Beispiel Nachname, ja, ist gleich Simpson oder sowas. Und dann kann ich hier über die Props.Nachname den Nachnamen ausgeben. So, ja, also alles überhaupt kein Problem. Muss ich hier nur halt ändern als Nachname. Und dann wird mir da quasi automatisch so ein Props-Objekt gebaut und ich kann einfach auf diese Dinger mit Props.Nachname und dem Attributnamen dann hier eben drauf zugreifen. Überhaupt kein Thema. Und das ist ziemlich cool, weil, ja, so kann ich im Endeffekt alles machen. Und so sieht im Endeffekt die Struktur von eurem React-Code aus, ja. Und was euch, was euch jetzt erwartet ist im Endeffekt, ihr müsst das Ganze so schreiben, dass ihr quasi JavaScript und HTML vermischt, ja, geschrieben habt, so wie in der App.js. Das ist ja im Endeffekt mehr HTML als JavaScript, was wir hier haben. Und dann könnte ich hier einfach direkt sagen, so, ich möchte das jetzt rendern und so weiter und so fort. Okay, ein letztes Mysterium möchte ich dieses Video noch aufklären. Und zwar möchte ich noch kurz dazu kommen, wie sich dieses tolle Logo hier eigentlich so dreht. Ich habe schon gesagt, das ist kein JavaScript, das ist eigentlich reines CSS, was hier gemacht wird. Habe ich auch schon in meiner CSS-Reihe gezeigt. Die sei hier auch in den Infokarten verlinkt. Und ja, hier sehen wir eigentlich schon relativ schnell, wir haben eine, also für das App-Logo haben wir eine Animation, die nennt sich App-Logo-Spin. Die machen wir unendlich lange. Die hat eine Dauer von 20 Sekunden und lineare Verteilung. Das heißt, jeder Animationsschritt dauert leicht lange. Und die Animation selbst, die haben wir in App-Logo-Spin ausgelagert. Und das finden wir hier unten. Und zwar sagen wir hier, Add Keyframes, App-Logo-Spin. Und zwar from, dem ersten Punkt sozusagen. Das heißt, wir fangen an bei einer Rotation von 0 Grad. Deck steht für Grad im Englischen. Und wir machen das Ganze bis zu einer Transformation von 360 Grad. Wenn ich jetzt hier, also das sagt mir im Endeffekt hier, mach diese Animation, mach sie unendlich lange. Einmal dauert 20 Sekunden. Und die Verteilung ist linear. Wenn ich jetzt hier einfach 10 Sekunden eingebe, ja, und das Ganze speichere, dann wird das kurz neu ausgeführt. Und dann sehen wir gleich hier zumindest, dass die Animation einfach schneller geht. Das heißt, einmal im Kreis drehen dauert jetzt halt nur noch 10 Sekunden statt 20 Sekunden. Und ja, so könnt ihr das eigentlich relativ schnell anpassen. Ist jetzt kein Hexenwerk, hat auch nicht wirklich was mit React zu tun. Ist eigentlich bloß JavaScript. Ich wollte nur das Mysterium aufklären, weil es mich auch am Anfang interessiert hat, wie React das jetzt genau gemacht hat. Fand ich cool, dass sie das nicht über JavaScript gemacht haben, sondern direkt einfach über eine CSS. Relativ interessant. Ihr könnt euch gerne den Code noch fertig durchlesen hier. Das ist eure kleine Übung sozusagen. Und ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Startet vielleicht noch kurz GerdinIT nochmal einen kurzen Besuch ab. Schaut euch vielleicht auch mal deren Seite an. Wie gesagt, man kann ja den Source Code einfach komplett angucken. Ist auch relativ gut strukturiert. Okay, mehr oder weniger gut strukturiert. Hier unten fängt es dann halt an mit dem JavaScript. Das wird ein bisschen schwierig. Aber ja, guckt auch mal rein, ob ihr euch vielleicht dort anmelden wollt. Denn ja, falls ihr einen Job sucht, das ist quasi eigentlich der beste Einstiegspunkt, den man sich so wünschen kann. Die Unternehmen kommen quasi direkt auf euch zu, ohne dass ihr euch direkt bewerben müsst. Gut. Okay, alles klar. Dann danke ich euch nochmal, dass ihr dabei wart. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's.